Im Sonntagsduell der Bundesliga treffen am heutigen Sonntag RB Leipzig und der FC Schalke 04 aufeinander. Was ihr alles zum Spiel wissen müsst und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei Spox. Der Tabellen-Siebte RB Leipzig empfängt den 15. Schalke 04. Nach verkorkstem Saisonstart wollen die Königsblauen Boden auf die Europapokalplätze gut machen. RB Leipzig gegen FC Schalke 04 – Wo und wann findet das Spiel statt? Die Partie wird am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr von Schiedsrichter Dr. Felix Brüch angepfiffen. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Leipzig. RB Leipzig gegen FC Schalke 04 im TV, Livestream und Live-Dicker – Das Spiel wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits um 14.30 Uhr beginnt die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga eine HD. Kommentator der Begegnung wird Wolf Fuss sein. Weiterhin wird mit Sky-Go für alle Sky-Kunden noch zusätzlich ein Livestream angeboten. Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann die Partie im Live-Dicker von Spox verfolgen. RB Leipzig gegen FC Schalke 04 – Die voraussichtlichen Aufstellungen – Ralf Herrmann wird den Königsblauen weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Er laboriert an einer Muskelverletzung. Wieder einsatzbereit sind hingegen Naldo nach Infekt sowie Oma Mascarel, der in Istanbul wegen einer leichten Muskelverhärtung nicht zum Einsatz gekommen war. Punkt. Voraussichtliche Aufstellung Schalke, Nübel, Stambouli, Naldo, Sein, Caliguri, Mascarel, Bentaleb, Mendül, McKennie, Harit, Burgstaller bei den Leipzigern. Vielen Verteidiger Atink Nukan, Kreuzbandriss und Emil Forsberg leisten Probleme, voraussichtliche Aufstellung Leipzig, Golexi, Mukile, Upamecano, Orban, Halstenberg, Demmel, Ilzanka, Kampel, Sabitzer, Polsen, Werner RB Leipzig gegen FC Schalke. Die letzten Duelle Datum Heimgast Ergebnis 13. Januar 2018 RB Leipzig FC Schalke 04 3 119.08.2017 FC Schalke 04 RB Leipzig 2 023 04 201 FC Schalke 04 RB Leipzig 1 zu 103 12.2016 RB Leipzig FC Schalke 0421 Werbung Werbung Untertitelung des ZDF, 2020